Mein Name ist Lemberger Herbert, bin seit 2016 Patient und komme aus dem Westen Österreichs, genauer gesagt zwischen Salzburg und Tirol, mit der Sillinger Oberpinska. Ich habe alle Stationen der Behandlung mit Chemo und Stammzellen durchlaufen und es geht mir momentan relativ gut. Gerade deshalb möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung in der Selbsthilfegruppe und an die Patienten einbringen. Vielen Dank.